Hallo zusammen, Aizoki hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest im Dienste von Krakwa anzunehmen bei Krakwa der Physiker in Nazmir an dieser Position. Darf mich nun zu dieser Position begeben. Da laufe ich jetzt erstmal hier hinaus. Und sehe auf der Map, der rechte Weg ist kürzer. Also so sieht es für mich aus. Gleich bin ich auch schon da. Da bin ich schon. Da stehen einige im Mob. Finde ich immer toll. Hier knieter. Quest ist abzugeben bei Schattenjäger Wien Naves in Nazmir an dieser Position. Jetzt sieht man sie besser. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Gewalt fest.